Hallo liebe Spindelmeer-Freaks. Ja, der Kampf gegen die Hitze. Der Kampf gegen die Hitze ist dramatisch. Wir haben seit gefühlt Wochen Trockenheit. Die letzten Tage wieder extrem hohe Temperaturen. Ich wässere so viel, wie ich vertreten kann. Fast jetzt jeden zweiten Tag. Ich habe ein paar trockene Flecken, die zeige ich euch jetzt mal. Also es ist schon dramatisch. Hier habe ich eine richtig böse Trockenstelle. Das ist hier so auf dem Hügel drauf. Hier geht nur ein Wassersprenger hin. Die habe ich jetzt schon mal gelocht mit der Mistfork, mit der Grabegabel. Das ist natürlich echt bitter, wenn man solche Trockenstellen kriegt und da nicht wirklich was gegen machen kann. Aber ich will euch etwas anderes zeigen, was richtig cool ist heute. Ich habe von meinem Vater einen alten Spindelmeer besorgt. Ja, da ist das gute Teil. Ein uralter Spindelmeer von der Firma Brill. Und das sieht echt cool aus. Relativ solide konstruiert das Teil. Ja, die Messer sehen tatsächlich noch ziemlich scharf aus. Hier so Plastikrollen, das ist auch Plastik. Hier so fette Räder. Das Untermesser sieht man jetzt nicht so gut. Da unten drunter ist das Untermesser. Natürlich ein sehr, sehr, sehr breiter Abstand zwischen den einzelnen Messern. So war das halt früher. Hier unten so eine Feder. Wahrscheinlich um das Untermesser ranzuziehen an die Spindel. Ja, einfach gemacht. Das Gras ist hier ziemlich hoch. Hier auch schon immer die Poa. Aber bin ich mal gespannt, wie er damit zurechtkommt. Was man ja sehr schön sieht, ist natürlich die Riffelung. Man sieht also, wie das Gras hier so ein Wellenmuster hat. Das liegt an dem großen Abstand der einzelnen Messer. Der Spindel, das ist natürlich jetzt vom Schnittbild nicht so schön. Ich werde jetzt auch einmal längs komplett mähen. Dann mähe ich nochmal komplett quer. Und dann schauen wir uns an, ob dann das Schnittbild so einigermaßen in Ordnung ist. Die Schnitthöhe ist gut eingestellt. Passt gut zu meinem ursprünglichen Schnitt. Aber geht auch. Und ist vor allen Dingen schön leise. Echt cool. Ups. Untertitelung. Das ist ein bisschen anstrengend. Einmal kreuzen und einmal quer rübergemäht. Dann wird das gar kein schlechter Schnitt. Es ist halt auch der Scherenschnitt. Es ist nicht der Sichelmäher-Schnitt. Und das ist mal so für eine Verlegenheitsmäehung am Sonntag echt eine coole Sache. Ja, das ist wirklich nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Das ist nicht ganz so gleichmäßig. Es ist so ein bisschen wellig. Aber so kreuz und quer einmal gemäht. Und jetzt sieht das schon nach einer richtig schönen Rasenfläche aus. Ideal Luxus 38. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kurzes Video zu einem Handspindelmäher. Also ich hätte es nicht gedacht. Und ich glaube, so ein moderner Handspindelmäher schafft noch viel mehr als ein altes Teil. Oder auch nicht. Vielleicht ist das auch viel solider gebaut als die modernen Handspindelmäher. Oder schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt mit Handelsspindelmähern. Ich bin sehr gespannt. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.